Servus. Guten Tag. Grüß euch. Was kriegt's denn? Die da und meine Zigaretten. Wann reißen Sie das Haus jetzt ab? In 14 Tagen. Da hab ich dann den Schirm auf. Und? Nix Neues in Aussicht. Na was denn? Luftballons verkaufen. Oder vielleicht Salzgurken vom Gänsehäufel. Es ist im Winter besonders günstig. Na ja, was Salz. Reden wir von was anderem. Hast du schon Freundinnen? Ja, zwei türkische Mädchen. Komm, sag der Frau Schimmig, wie deine Freundinnen heißen. Jarmilla und Fatima. Das sind aber zwei schöne Namen. Dürfen unsere nicht mit ihr spielen? Weil die Mama in der Bibscher arbeitet. Genau so ist es. Ja, der Arschlöcher. Magst du ein paar Schnitten? Ja, bitte. Na, wie sagt man da? Danke. Na gut. Gehen wir. Was strickst du denn ein paar Schönes? Ein Jankerl für den Gusti. Hoffentlich wäre ich fertig, bevor der Winter vorbei ist. Na ja. Jetzt habe ich genug Zeit zum Stricken. Servus. Ich bin schon sehr einsam ohne Viecher. Wissen Sie, ich habe einen Hund gehabt, der hat so kürzer Zeit gestorben. Ja. Ah, der gefällt mir mal. Ja. Der ist ein Essgebogen. Ja. Ja, sag einmal. Wie heißt du denn? Mutti, ein Weiberl ist das. Drei Jahre alt. So ein Weiberl? Ja. Mögen, ich denke ein Weiberl. Ist das ein Weiberl? Mhm. Und dann? Das sind Heksi, Maxi und Rolfi. Das ist der Rolfi. Das ist eine Rüde. Das ist nicht der Rolfi. Das ist der Bezirksrat. Der muss ein Wunder geschehen sein. Schaut, wie er mich ausschaut. Der kennt mich. Der weiß, dass ich sein Herr bin. Gell? Du kennst deinen alten Kudernag wieder. Ja, genau. Den haben wir von Völklerbrock geholt. Der war sein Leben lang nie in Wien. Da muss eine Wiedergeburt geschehen sein. Mach es mal schnell auf, damit ich zu meinen Vieren kann. Ja, gerne. Das ist bitte? Dass ich mich dahin bin. Ich bin mit sechserat. Bitte, bitte, jetzt bringt uns niemand mehr raus. Schau? Schön? Ja, es ist ein, es hat immer die Mandeln hoch. Komm, jetzt gehen wir mit dir runter. Jetzt haben wir uns. So leicht haben wir es nicht mit dir, Scholten. Erst machst du uns einen Sexskandal in Ungarn. Und dann schickst du uns deine Lebensgefährtin, oder was die ist, damit wir dir helfen, weil du dein Geschäft in den Graben gefahren hast. Nein, das heißt, ich habe euch die Maus, die Frau Turitschek, hergeschickt. Ihr habt es mir doch geschrieben. Na, da irrst du dich. Von uns aus hätten wir dir nie einen Brief geschrieben. Die ist hier gewesen und hat wegen dir Rotz und Wasser geheult. Das ist doch... Wie kommt die Verrückte dazu? Zu der kannst du wirklich gratulieren. Die ist zum Schießen. Sie ist wirklich ohne Wissen von mir... Das ist peinlich. So ein Besen. Geht einfach da her. Also, mit deinem Kredit können wir dir leider nicht helfen. Aber mit was anderem, Schottel. Reden wir offen. Du weißt, dass wir momentan stimmenmäßig nicht gerade übermäßig darstellen. Daher sind wir daran interessiert, dass du in Kaisermühlen nicht ganz von der Bildfläche verschwindest, weil du ja trotz deiner gewissen Dummheiten eine Popularität genießt. In Transdanubien. Wie darf ich das verstehen, Kohlmann? Wir wollen dir den Bezirksrat erhalten. Wenn man sich am Riemen reißt, dann kannst du ja wenigstens verhindern, dass wir in Kaisermühlen noch mehr Stimmen verlieren. Ergo, sind der Präsident und ich übereingekommen, dass wir dich nicht ganz fallen lassen, sondern dir einen Posten bei uns im Haus anbieten. Also, wannst du in Kaisermühlen wohnen bleibst, ne? Na, heißt das, ihr werdet mich zum Kamerad machen? Nicht direkt, Schottel. Dazu fehlen dir ja wirklich alle Voraussetzungen. Wir bieten dir einen Posten als Angestellter. Also, kein Weltwunder, logisch, aber immerhin mit einem Gehalt in der Größenordnung von, sagen wir, na ja, so 30.000. 30.000? Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht müsste ich so zuerst einmal die, mit meiner... Mit deiner Frau Turecek brauchst du gar nicht reden. Das ist quasi in Ordnung, oder? Was? Ich habe ja gleich gesehen, wer von euch zwar die Hosen anhat. Dich habe ich ja nur hierher gebeten, weil das unter kultivierten Menschen quasi zum guten Ton gehört. Also, was ist? Sagst du ja? Ja, oder was? Na ja, wenn ohnehin schon alles ausgemacht worden ist, dann... Ja, gerne. Bitte. Servus. Servus. Na, was grinst du mit der Hutschbert? Hast du im Rubeln gewonnen? Viel besser, Mama. Dem Abduh und seine Eltern kommen am Freitag. Na und? Na, zu uns auch, Mama. Weil sie schauen wollen, wie die Frau von Abduh lebt und mit ihr als Mutter über die Heirat reden wollen. Ah, ich geh voll auf, Frau Freundin. Sie werden den Putzlbaum machen. Mach lieber keinen. Putz die im Fenster, räum dein Zimmer auf, so rennen dem Abduhl seine Eltern, gehen wieder fort. Ich putz überhaupt die ganze Wohnung. Ich wasch die Fuhrein, ich mach einfach alles. Jetzt nur noch. Nein. Wenn der Abduhl mit seinem Studium fertig ist und wir in der großen Villa in Kairo wohnen und ich meine einzelne Dienstmauern habe und er sein Diener, brauche ich mich nur mehr pflegen und gut ausschauen. Brems dich ein. Schau lieber die Erne, ich mach dir die Bratwürstel. Ah ja, Mama. Das ist ein Brief für dich. Von der Austria-Tabak. Kannst du wegschmeißen. Da steht eh nur drin, dass ich die Trafik aufgeben muss. Na, aber reinschauen, tät ich schon. Darf ich? Wenn du willst. Mama, du kriegst eine neue Trafik. Ich seh nicht, die Bär da. Na, da ist schon eine. Was freuen wir uns Ihnen, falls Ihrerseits Interesse besteht, die unvorhergesehen freigewordene Trafik in der Schüttelstraße zu... Weißt du, das ist ja Dienkönig. Ja. Sie müssen wir dann nicht mehr machen. Ja. Ich bin gar nicht mehr zu fragen. Das ist schäbig, wo sie da ist. Es ist doch wurscht. Halt und sind... Ist für uns beide ein Glückstag, Mama? Das ist ganz klar. Ja. Ja. Jawohl, geht in Ordnung. Danke. Das ist ein Wundercheck. Wirklich. Wie können Sie denn was in Aussicht stellen, was so gar nicht definitiv ist? Ich meine, das ist doch wirklich peinlich, wenn... Das wäre dann die Frau Schimek. Aha, ja, 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 natürlich. Ja, danke schön, Wundercheck. Tja, ab, 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 ab. Ich begrüsse Sie, liebe Frau... Schimek. Schimek, ja, natürlich. Ja, es ist nämlich so. Es werden in nächster Zeit einige Trafiken wieder frei. Aber, na ja, wir müssen bei der Vergabe natürlich auch andere Bewerber berücksichtigen. Ja, ich kann es eh noch gar nicht glauben. Es hat ja geheißen, dass ich auf der Listen ganz hinten stehe und gar keine Chance auf eine neue Trafik habe. Ja, ja, stimmt ja, Frau Schimek, stimmt ja auch. Aber es hat jemand für Sie interveniert und uns Ihre Person und Ihre, ja, so, relative Notlage durch die Schließung Ihrer Trafik in der Schiffwildstraße geschildert. Und da haben wir sich halt ein bisschen vorgereiht, nicht? War der, der interveniert hat, ein gewisser Bezirksrat Wieslutschil? Weil wenn es er war, dann verzichte ich auf die neue Trafik. Äh, wie war dein Name? Wieslutschil. Nein, nein, nicht gehört. Wer soll denn das sein? Nein, nein. Wer für Sie interveniert hat, liebe Frau Schimek, das war der Hofrat Gampanik. Den kenne ich wieder nicht. Aber er Sie, Frau Schimek. Er ist Kunde bei Ihnen. Er kauft seine Virginia bei Ihnen. Und daher weiß er auch von Ihrem Malheur. Tschinger, ist das so ein kleinerer Herr mit einem gepflegten Schnurrbart? So ein bisschen älter? Jawohl, genau. Das ist der Hofrat Gampanik. Ist ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich noch keine drei Sätze geredet. Der hat mir zwar einmal... Ist ja wurscht. Ich danke Ihnen auf alle Fälle, Herr Direktor. Danken Sie sich lieber beim Hofrat Gampanik. Aber Sie können schon langsam anfangen, auf die Ablöse zu sparen. Denn eine von den freien Trafiken bekommen Sie auf jeden Fall. Und schon demnächst. Ablöse, Momentl. Wie hoch wird denn das sein? Bei reich oder was bin ich nicht? Naja, auch da werden wir eine Lösung finden, nicht? Gegebenenfalls werden wir Ihnen heute mit einem kleinen Krediterl unter die Arme greifen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Direktor. Ja, ist schon recht. Und, Herr Check, bis Anfang nächster Woche bringen Sie diesen ganzen Ballerwatsch hier in Ordnung. Verstanden? Und dann werden wir Ihnen auch sagen, wo Ihre neue Trafik liegt, gnädige Frau. Die schauen Sie sich in Ruhe an und dann machen wir den ganzen Papierkrieg. Geh, Und, Herr Check. Danke. Danke. Ja, grüße Gott, liebe Herr Aufdoll. Grüß Gott. Darf ich Ihnen meine Eltern vorstellen? Ja. Das ist die Frau Kaiser. Grüß Gott, liebe Frau. Grüß Gott. Freut mich sehr. Ja, schön ist in unserem schönen Wien, nicht? Ein netter Mensch, ihr Herr Sohn. Und so freundlich. Da sieht man, dass er eine sehr gute Kinderstube gehabt hat. Ein wirklich lieber und zuvorkommender junger Mann. Alle haben ihn gern, ja, alle. Geh, Herr Mastele. Du hast den Herrn Apfel auch lieb, geh? Haben Sie einen guten Flug gehabt? Danke, danke, danke. War sehr schön. Und wo wohnen Sie, wenn man fragen darf? Wohnen Sie bei ihm in Herrn Sohn? Nein. Das soll ja eine so schöne, große Wohnung haben. Meine Eltern wohnen in Hilton. Ah, so, in Hilton, ja. Ja, das ist ein modernes Hotel und so nah an der Innenstadt. Haben Sie sich Ihnen da schon einmal umgeschaut? Wien kenne ich sehr gut. Ich habe hier studiert. Und, äh, entschuldigen Sie, liebe Frau, wir müssen gehen. Es hat mich sehr gefolgt. Ja, mich auch, ja. Auf Wiedersehen. Ah, Sie gehen zu Frau Schimmiger auf Besuch, gell? Ja, ja. Die warten eh schon eine. Und vor einer halben Stunde ist auch der Sohn gekommen und die Schwiegertochter mit dem Baby. Ein liebes Kind. Aber gar nicht, Leute. Ich glaube, die Frau, ich glaube, das ist die Nofretäter. Wem gilt noch? Ja, ein Kriminalbeamter ist immer im Dienst. Deswegen habe ich meinen Puffen nicht angelegt. Puffen? Also, ja, weil es Puff macht. Eine Glocke, mannstoppend. Wenn so einen Schwachen trifft, ist er hin. Sehr schön. Was ist denn? Sehr schön. Sehr schön. Eigentlich... Wie können Sie jetzt mit meinem Sohn nur auskommen? Er ist doch ein Chaot. Nein, ist er nicht. Wir haben uns so gern, dass wir es gar nicht sagen können. Die haben Sie wirklich gern. Und Sie passen so gut zusammen. Werden einmal schöne Kinder haben. Ich habe das Buch Senuhe der Ägypter gelesen. Und im Fernsehen habe ich die Pyramiden gesehen. Wirklich hochinteressant. Sie müssen einmal nach Ägypten kommen. Ist ein schönes Land. Sie könnten bei uns wohnen. Und wir würden Ihnen gerne die Sehenswürdigkeiten zeigen. Danke, sehr gerne. So gefährlich, Ägypten. Wollen Sie nicht zum Abendessen bleiben? Ich habe ein paar Bockhändl. Die habe ich gleich ausgepackt. Entschuldigen Sie, gennähtige Frau. Wir haben bereits eine Verpflichtung. Mit unserem Sohn und einigen Freunden. Danke Ihnen. Na ja, wenn Sie schon was vorhaben, vielleicht können wir morgen irgendwo was essen. Nur Sie drei, die Mama und ich, oder? Alles wird gut. So dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich tun für Sie? Guten Tag. Bitte lachen Sie mich nicht aus, aber ich hätte gern was über die Wiedergeburt erfahren. Warum soll ich Sie auslachen? Der Gedanke der Wiedergeburt ist weit verbreitet. Moment. In Indien zum Beispiel glaubt man, dass der Geist oder die Seele eines Verstorbenen sich in einer neuen Existenz wieder verkörpert. Und welche Form der Existenz das ist, das bedingt sich dann durch die Verdienste oder Nichtverdienste, die der Verstorbene im Laufe seines Lebens erworben hat. Ja, und durch das Karma selbstverständlich. Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert. Was, Bezirksrat? Also, soweit ich Sie verstanden habe, heißt das, dass, wenn einer gestorben ist, dann wieder als Baby oder als junger Hund auf Bord kommt? Ja, im Prinzip, das heißt es, ja. Sagen Sie, gibt's was, dass, wenn einer gestorben ist, also dass dann die Seele von den Gestorbenen in einen lebenden Körper hineinschlüpft und dann weiterlebt, als ob nichts gewesen war? Ja, die jüdische Mystik hat so eine Theorie entwickelt, warten Sie, ja. Die sogenannte Seelenschwängerung. Sie besagt, dass die Seele eines Verstorbenen in einen Lebenden schlüpft und dort lebt, wobei es dann unerheblich ist, welches Alter der Lebende hat. Die sogenannte Dibug-Theorie besagt dann weiter, dass... Ich verstehe. Die Seele von den Verstorbenen lebt dann im Körper von den Lebenden weiter. Ja, zufrieden? Vollkommen, danke. Braucht es nicht mehr. Ich wollte Ihnen nur sagen, wissen Sie, der Hundel da, der Bezirksrat, ist nämlich nicht mein alter Bezirksrat. Trotzdem aber doch. Kommt da, der Dibug. Also, wenn es nicht wahrt, wird es kipft, der Walnutse. Das ist überhaupt nicht wahr. Denen ist halt alles fremd. Die müssen nur ein bisserl auftauchen. Das glaube ich auch, der Vater ist ja nicht ein Mensch. Ja, aber die Mutter, die schaut Ihnen an wie die Mündung von einer Anaconda. Wie was? Halt, Anaconda-Revolver, der Jobberl. Du und deine Puffen. Hast du nichts anderes im Schädel? Was ist denn? Ich hab doch nur gesagt, wie man dem Abtl seine Mutter vorkommt. Die mag uns nicht. Für die alte Biscuits sind wir da nur scheißtreig. Gustl, nichts vor dem Kind. Ach, geh, der Kleine versteht eh noch nichts. Außerdem muss ich bei Zeiten an die Reden von den echten Männern gewinnen. Aber nicht ans Reden von einem Ungustl, wie du ans bist. Den Abtl sein hätte es nur wegen dir nicht zum Nachmitteln, weil du entweder ganze Zeit ordinärer Depper geredet hast. Ich, der Dichtratl, auch nicht zum Verwandten haben wollen. Ist die ärschende Ampel. So, halt dir ein bisserl zurück. Immerhin ist deine Schwester. Ja, aber... Also, wenn sich die Weibe in Ägypten so aufführen, fällt der Watschen vor mir um. Du bist aber in Kaisermüll und holst jetzt deine Pappen. Du wirst auch nicht bei der Hochzeit dabei sein, wenn die Ines den Abtl heirat. So was wie die kann man nicht unter die Leit lassen. Was geht's denn jetzt auf mich los, Mama? Ich mein, ich hab mich echt total nicht unterhalten. Bitte, kein Mülltreiber. Ja, was ist mit Ihnen, Frau Kaiser? Haben Sie Bauch zwicken oder was? Der Hund. Meinen Sie, mein Hund? Meinen Sie den Bezirksrat? Ich hab glaubt, der ist eingeschwäfert worden. Ich hab glaubt, der schwebt im Universum bereits um a dumm. Das war er, aber jetzt lebt er wieder. Reg dich nicht auf, Frau Kaiser, reg dich nicht auf. Es ist ein anderer Hund. Nein, nein, das ist kein anderer Hund. Das ist der alte Bezirksrat. Der ist eben nur Seelen geschwängert. Blödsinn. Das sind die bösen Geister mit dem Spiel. Komm, weißt du, wir müssen heim. Wir müssen Knoblauch aufhören. Komm. Der rennt ja so, wie wer ihn hinteren gestochen hätte. Keine Ahnung von Seele. Von Schwängerung schon gar nicht. Doch nichts Schöneres, als im Bett liegen und sich im Fernsehen die große, weite Welt anschauen. Obwohl ich eigentlich lieber was lustig sehe. Oder einen Film mit Kevin Kostner. Ja, du mit deinem Kostner. Und die Frau nur wegen dem Hatz. Was hat denn der Kostner, was wir andere Männer nicht haben? Ein Flair. Eine Aura. Wann der ins Bett kommt, spüre ich direkt einen Stich im Bauch. Ein Einbrecher. Glaubst du? Warte, schau nach. Der Kevin Kostner war schon längst draußen. Ich grüß euch. Stell dich. Was machst denn du da? Nix. Ich will noch wieder mein Zimmer wohnen. Sag, ist er nicht geholt? Du hast doch eh deine eigene Wohnung. Nichts, sag, du hast mit der Claudia einen Wickel. Nein, ich kann mehr. Lass mich scheiden. In der Familie Scheutl wird nicht geschieden. Ist ja katholisch. Ah, das ist interessant, ja. Aber ist das bei dir? Also was ich bin, das gehört hier nicht her. Aber du! Ich. Ich stehe den ganzen Tag in der Bank. Ich kaufe ein, Koch, Wasch, Staubsaugen, alles. Und sie, sie pudert mit halb Wien, hängt mit den Giftlern herum und die kannst du zahlen auch noch. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt wird alles anders. Ich geh jetzt schlafen. Bleib zurückliegen. Ich überziehe mir mein Bett schon selber. Und, äh, schönen Abend doch, gell? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ungut. Scheißlich, wird der Gneisser sagen. Nie kann eine Ruhe sein. Und du, hör auf mit diesem blöden Lachen. Kruzifix hinein. Sag mir, Kruzifix hinein. Du bist nämlich katholisch. Aber was ich bin oder nicht, ist... Jedenfalls hört sich dein unkultiviertes knock-at-herum-Rennen auf, wenn der Peppi hier im Haus bleiben wird, ja? Das gehört sich nicht. Ernst, gern tut sie viel nicht. Der Peppi wird mir doch nichts aufschauen. Danke. Und was hätten Sie denn gerne gehabt? Ich möchte die Frau Müllauer sprechen. Bitte schön. Ah ja, das bin ich. Und Sie sind die von Schimek. Sie haben die Trafik in der Schiefmühlenstraße, gell? Gehabt. Jetzt soll ich ja Ihre übernehmen. Ja, ja. Ich habe gehört davon. Das ist die Frau Horag, meine Verkäuferin. Guten Tag. Ehrlich und sehr verlässlich. Die könnten Sie eigentlich gleich mit übernehmen. Ja, das kann ich noch nicht sagen. Weil vielleicht nehme ich meine Tochter als Hilfe. Also, ich würde schon gern bei Ihnen bleiben. Ich meine, ich war halt eingearbeitet und ich kenne alle Kunden da. Ich werde mir das überlegen. Sagen Sie, warum wollen Sie so eine schöne Trafik aufgeben? Das muss ja ein Goldgurm sein. Ich gehe nach Amerika. Zu meiner Tochter. Und zum Schwiegersohn. Der ist Arzt in Florida. Das ist ein Zufall. Meine Tochter wird wahrscheinlich auch ins Ausland heiraten. Auch einen angehenden Arzt nach Ägypten. Eine sehr reiche Familie. Dann wünsche ich ihr so viel Glück, wie mir Ingrid mit Johnny hat. Danke. So, Frau Horag, Sie machen eh weiter. Aber wir gehen ein bisschen nach hinten. Das ist eine schöne, gell? Sagen Sie, die Sachen da im Kasten, die teuren, die verkaufen Sie alle? Ja, freilich. Also, in meiner alten Trafik wäre ich da ewig drauf sitzen geblieben. Nein, nein, da nicht. Das ist ein ganz anderer Kundenkreis. So, jetzt gehen wir und reden bei Herrn Charlotte Café über alles, ja? Gern. Guten Tag. Guten Tag. Danke. Danke, danke. Danke. Frau, bleibst du stehen? Kannst du was fragen? Dann frag doch. Alle Leute heiraten. Meine Frau? Ja, und? Franzi möchte... Franzi möchte... Na, was möchte der Franzi denn? Franzi möchte Hilde heiraten. Ich kann dich nicht heiraten. Warum? Alle Leute heiraten, außer Frau Kitty. Warum hielt er nicht Franzi heiraten? Weil ich jemanden anderen heirate. Einen Kollegen aus dem Büro, du kennst ihn nicht. Er heißt Georg und er hat mich sehr lieb und ich ihn auch. Warum hielt er nicht Franzi lieb? Weil... Weil ich halt den Georg hab. Nicht böse sein, Franzi. Dich hab ich ja auch lieb, aber halt anders. Nein. Hilde, Franzi nicht lieb. Franzi niemand lieb. Franzi allein, Franzi böse. Vergessen, dass Franzi fragen wegen Heiraten... Aber Franzi, bitte. Wenn Hilde heiraten, fort aus Gemeinschaftswohnung. Franzi besser tot. Friedhof. Bleib doch da, ich möcht doch mit dir reden. Nix reden, nix fragen, nix an. Franzi allein. Besser so. Schauen Sie, Fräulein Ines, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann mich nicht über den Willen meiner Frau hinweg setzen. Aber was sagt denn der Abdul? Warum ist der Abdul nicht da und sagt mir das selber? Weil es ihm seine Mutter verboten hat. Und das lässt er sich verbieten? Und das lässt er sich verbieten? Und was ist, wenn Sie uns trotzdem sehen, wenn Sie und Ihre Frau wieder weg sind? Es wird nicht möglich sein. Mein Sohn wird sein Studium in Wien abbrechen und irgendwo in Deutschland weiter studieren. Mein Frau hat alles organisiert. Bitte weinen Sie nicht. Bitte weinen Sie nicht bei mir, Ines. Fassen Sie sich. Ich weiß, dass Ihr Schmerz sehr groß ist. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Eine Art Unterstützung. Ja, was glauben Sie, was ich bin? Ich bin ja kein Huhr. Sie können es vielleicht bei Ihnen zu Hause machen in Ägypten, aber bei uns nicht. Behalten Sie noch Geld oder das von Ihrer Frau. Steckt es euch in den Hintern. Und sagen Sie mal Abdul, wenn ein Zweig ist, mir das selbst zu sagen, dann soll er sich aufhängen. Natürlich habe ich das machen müssen, Frau Pieperl, bin ich der Mensch, der einen anderen ins Unglück rennen lässt. Ah, also. Nein, ich habe die Mutter vom Ägypter, nein, nur aufgeklärt, was es mit der sogenannten Familie Schimmig auf sich hat. Weil, wenn man alle Zumpferl zusammenrechnet, die die Schimmig schon drin gehabt hat, da kommen ein paar ganz schöne Kilometer heraus. Ja, und die Tochter, habe ich ihr gesagt, ist wie das Abziehbild ihrer Mutter. Ja, angerufen habe ich sie im Hotel. Ja, mit einem Papiertaschentuch über dem Hörer. Damit meine Stimme anders klingt. Oh nein, Deutsch kannte ich nicht die Ägypterin, aber ich kann ja Englisch. Das ist heute so schlecht. Ja, und eingeschlagen hat es. Wie eine Bombe, meine Liebe. Gerade ist die Ines weinend nach Hause gekommen und jetzt halten sie Familienrat. Mhm. Wieso ich das weiß, wo ich nicht zu Schimmig reinschauen kann? Ja, von der Ines. Ja, wie ich sie gefragt habe, wann die Hochzeit sein wird, hat sie gleich zum Weinen angefangen. Also, feine Fräschheit. Natürlich. Es heißt nicht meine Sache. Alles ist meine Sache, was in Kaisermüden passiert. Ach. Da kann man halt nichts machen. Mit der Zeit wirst du den Abdul schon wieder vergessen. Na logisch. Schau mir an. Ich habe den Arsch schon vergessen, bevor ich ihn noch gesehen habe. Gustl, bitte! Weil, wenn ich nur wünsche, was denn Abdul und seine Mutter... Ja bitte heim auf mit der blöden Gurken. Dann ist nur du schon du mit deiner steifenden Gurken, du! Bitte, was habe ich denn gemacht? Jetzt hört's auf. Was passiert ist, ist passiert. Ach komm, krieg ich den nicht. Weißt du, ich glaube, dass der Abdul gar nicht der richtige Mann für dich gewesen war. Wenn einer so unter der Fuchtel von seiner Mutter steht, dann ist er eigentlich feig. Genau, sag ich ja. Für mich sind alle meiner gestorben. Außer uns lustig, gell? Weihau. Ist eh gescheit auch, dass die ganze Geschichte ins Wasser gefallen ist. Mein Gott, was ich da als Staatsbeamte alles mitmachen muss in der Familie, ist eh ein Wahnsinn. Zuerst ein Neger, dann ein Raber. Wenn ich jetzt im Dienst war, war das eine volle 269er Mama. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Schau da, jetzt, jetzt sieht man die Finger. Siehst du das, Bezirksland? Da haben wir uns in deinem frühen Leben kennengelernt. Da warst du abwunden und der Franzi und ich haben dich befreit. Ja, wir haben es ja vom ersten Augenblick gut verstanden. Dass ich dich halt einschläfern lassen müssen. Da hast du die Nervenstaube ausgehobt. Schau, die Frau Schimmelk. Kannst du dir noch an die Frau Schimmelk erinnern? Grüß' Ihnen gut, Frau Schimmelk. Achso. Grüß' Ihnen auch, Herr Kudernjag. Na, sind schon glücklich mit Ihrem Hunderl, gell? Ja. Ich glaub' gar nicht, wie der der im Alten endlich schaut. Es ist der Alte Frau Schimmelk. Schau, was wunderbares. So eine Seelenschwängerung. Ich bin der Kudernjag. Tag, Trautmann. Wir haben uns zufällig getroffen, der Herr Inspektor und ich. Trautmann, Trautmann, da haben wir einen Gärtner gehabt am Gänsehelf. Der Trautmann, war das Ihnen ein Vater? Nein. Mein Vater war englisch seitdem. Hat Viva geheißen. Hat aber meine Mutter nie geheiratet. Ich bin halt, wie man so gesagt hat, ein besatzendes Kind. Macht ja nix. Kind ist Kind und Hund ist und was beziehungsweise. Entschuldigen Sie. Sind Sie verheiratet? Nein. Es geht mir ja nix an, aber ich an Ihrer Stelle werde mich an die Frau Schimmelk halten. Wirklich, Herr Trautmann, das ist eine wunderbare Frau. Wiederschauen. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Hör mal auf mit den Ideen. Ich sage nur, Kaliforniereis mitten im Winter. So eine Blödsinn. Kaum hast du irgendeine Idee, kann man sofort wieder vergessen. Ja, aber nicht unser Heiratsvermittlungsbüro. Jetzt überlege ich mir bitte. Schau dir um. Es wie mit überall von wirklich frustrierten, einsamen, wirklich armen Leuten. Voll trotteln. Steppern, dass wir ihn finden. Verstehst? Und jetzt geht zu uns. Was sollen wir es machen? Da beim Chinesen oder am Schütterplatz? In der Schiffenstraßen drüben. Wie, da kann man ein bisschen schütteln? Haha. Da war mir noch was schuldig. Aber Superlokal. Weißt? Zum Investieren. Null. Ja. Miete zahl mir von den ersten Einnahmen. Und was brauchst du? Klumpet jetzt. Videorekorder. Videokamera. Computer. Kauf mir Null im Versandhaus. Kauf ich gleich. Zoll ich später. Viel später. Verstehst du? Wofür? Was sind Videorekorder? Sag mal. Sag mal. Du weißt ja überhaupt nicht, wie das funktioniert, bitte. Pass auf. Da kommt einer. Ja. So ein frustrierter. Kommt einer bei der Tür. Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde keine. Ich bin so schüttel. Oder stink. Oder was ist. Sag mal. Nein. Pass auf. Wir machen ein Video von Ihnen. Ja. Zeigen Ihnen jetzt eine Referenz zu einem Video von den Hosen, was wir haben zum Beispiel schon. Ja. Der sieht eine und sagt. Ja. Ja. Aber lieb haben Sie nicht auch. Oder so. Wir geben ihm die Adresse und kassieren. Fuher. Ja. Ich bin so eine Fuhrer, ja. Sag einmal, soll ich warten, bis ich das beendet oder was? Verstehst du? Und außerdem, wenn wir gescheit sind, geben wir uns selber rein in die Kartei. Weißt du, das kommt auch nicht, irgendein Reiche mit einem Geld. Ist eignet. Und der eine in deiner Wohnung war auch nicht schlecht. Mit einer Wohnung hast du eh jemand. Nein, der Leitner, das ist nichts. Das glaube ich auch. Du, du brauchst ja nicht einmal die Hausmaß drin. Und du willst jetzt mit der Ex-Frau vom Leitner was anfangen? Nix. Bei der Leitner wird nicht da drin. Das haben wir immer mit ihr selber ausgemacht. Außerdem, das geht jetzt überhaupt nicht. Nur wichtig, was wir brauchen, und zwar schnell. Einen Erfolgsnachweis. Das heißt, warte mal. Ach. Sonst. Nein. Hallo, Mercer der Kochkunst. Frage, bist du mit deinem Zuckermaß verheiratet? Nein. Super. So, jetzt zeig ich euch was. Guten News von euch. Es zwei geht jetzt endlich heiraten. Über unser Büro. Und man hat einen kleinen Preis, was? Nichts für kleine Preis. Ist nichts voller heiraten. Moment, das geht ja nicht. Sag ihm das. Es heiratet nicht wegen euch zwei. Es heiratet wegen uns zwei. So ist Erfolgsnachweis. Hm? Danke. Danke. Ist ein Sonderheft. Wiederschein. 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 Schaut, das drängt dich nicht so. Ich fahre nicht morgen nach Amerika, sondern erst in sechs Wochen. Und dann können Sie mir das Geld von der Ablöse auch nach Orlando überweisen. Das ist ganz lieb. Dankeschön. Ich werde Ihnen sicher nicht ums Huxle hauen. Ja Frau Hörg, es tut mir leid, aber Ihnen kann ich nicht nehmen, weil meine Tochter sucht dringend einen Job. Ich werde mir schon was anderes finden. Aber ja, Sie sind ja noch jung. Na sehr gut, also wann soll ich es jetzt übernehmen? Na, in einem Monat. Ja, soll ich nicht ein paar Tage früher kommen, dass ich die Kunden kennenlerne und den Haus brauche? Ja, das ist eine gute Idee. Wann könnten Sie denn? Ja, was weiß ich, sagen wir, in 14 Tagen? Das nicht passen. Also dann, Wiederschein. Ich, Frau Hörg. Ja, wenn eh nichts mehr ist, dann kann ich jetzt gehen, ne? Auf Wiederschein. Auf Wiederschein. Es tut mir leid wegen Ihrer Verkäuferin. Gehen Sie mit Ihrer Tochter an. Das tut mir nicht alles für die Kinder. Wem sagen Sie das? Also, Wiederschein. Danke. Servus. 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 Mit oder ohne Schüssel. Na ja. Man hat wenigstens das Gefühl, dass man ein bisschen was erlebt. Erlebt. Erleben ist was anderes. Zumindest für mich. Sag, ist dein Herz, ich bocke noch nicht zu Hause? Fast Zwölfe. Das ist ein starkes Stück, was die Maus sich da leistet. Naja, aber das war halt zum letzten Mal, das schwöre ich. Papa, schwöre lieber nicht. Die macht ja doch mit dir, was sie will. Aber jetzt ist Schluss. Lass sie von mir einen Pölzmantel kaufen und geht dann vielleicht damit auf Aufriss. Wenn man wenigstens wüsst, wo es überhaupt ist. Frag dich, Kaiser. Du weißt es sicher. Na, danke. Draußen steht das Geschirr von zwei Tagen. Wo kommen wir denn da hin? Dorthin, von wo du nie wegkommen wirst, Papa. Aber ich habe es hinter mir. Gott sei Dank. Ich bin seit heute früh geschieden. Und ich gehe fort. Für immer. Was? Aber, Peppi, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dein Sohn macht das nicht mehr mit. Der hat sich viel zu lange auf der Nase herumtanzen lassen. Von dir. Von der Oma. Von der Claudia. Räumen von dir. Ja, Moment. Wie redest du eigentlich mit deinem Vater? Ganz ruhig. Von Mann zu Mann. Aber dir bin ich eigentlich eh nicht böse. Von dir gehe ich ja im Guten. Ja. Du hast was denn vor am Gotteswillen. Was wichtig ist. Ich lasse mich von meiner Bank nach Moskau versetzen. Wir machen dort eine neue Filiale auf. Morgen um 10 sitze ich schon im Flugzeug. Was? Du... Du willst nach Russland? Freiwillig? Ja, wohin denn sonst? Nach Ungarn kann ich ja nicht. Dort hast du unseren Ruf versaut auf Generationen. Jetzt hör doch zum Warner auf. Ist doch lächerlich. Der Hausinspektor soll sich nicht so aufbuddeln. Tut aber. Wie gesagt, der duldet keine Unanstelligkeiten in seinem Gemeindebau. Aber was die angeschaut hat an mir, ist aber was sie selber mal am meisten, welche von mir wünscht. Ist das so ein alter Wichser? Das Ding geht doch nur was an, was die Leute im Haus machen. Dass sie einen Zins zahlen und das nicht so ruinieren. Aber was außerhalb machen, das kann einem doch wurscht sein. Genau. Ich möchte nur wissen, wer ihm das schon wieder gesteckt hat. Die Frau Kaiser hat auch gesagt. Und dass sie auch für die anderen Mieter spricht. Für die Anständigen. Der deppert den Kaiser so einmal links und rechts eine runterhauen. Dabei ist jedes Mal so was von scheißfreundlich, wenn sie mich mit der Birgit zieht. Ein paar Mal hat es der Kleine einer schon eine Schokolade gegeben. Und er hat gesagt, da hast du eine arme Kleine. Der hat sicher darauf angespielt, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ich gebe dir noch schon wieder. Jetzt geht mir das überhaupt erst ein. Weißt du, was ich mache, wenn ich das nächste Mal die alte... Weißt du, was ich dir erzählen werde? Ich sage, dass... Du wirst dir überhaupt nichts erzählen. Willst du dich doch nicht dreckig machen an die alten Schaustrumme? Lass mich das machen. Ich will aber nicht, dass du irgendwelche Schwierigkeiten kriegst in mir. Du bist ja in keiner Piepschuhe. Das nicht. Aber ich weiß, wie man mit der Kaiser umgeht. Prost! Lass sie gehen, gell? Ah, guten Morgen! Heute ist kein guter Morgen. Besonders nicht für böse Trickschleidern. Sie brauchen Ihnen gar nicht umdrehen, Frau Kaiser. Wir meinen schon Ihnen. Was? Misch! Aber was habe ich Ihnen denn getan? Uns nix. Aber wir meinen dann. Über die Wesseli haben Sie sich beschwert. Weil sie angeblich unsittlich ist. Aber warum sollte ich mich über die liebe Frau Wesseli beschweren? Im Gegenteil, wenn ich Sie mit Ihrem reizenden Töchterchen sehe, dann schenke ich Ihnen immer Schokolade. Stellen Sie ihn doch nicht, Frau Kaiser. Wir wissen alles. Sie haben die Wesseli beim Hausinspektor wie ein Hohen hingestellt, die, wo sie alle möglichen Männer in die Wohnung schleppt. Was eine Lüge ist sie, falsche Grozi. Gnädig sind sie, weil die Wesseli fesch ist und sie ausschauen wie ein alter Schircher Zwetschgenkrampus. Und wenn Ihnen bei unsere Hausparteien was nicht passt, dann gehen sie in ein Altersheim. Passen Sie auf, sonst schwimmen Sie eines Tages aus Dottirach auf der alten Donau. Der Mensch bedroht mich am Leben. Und Sie haben es gehört. Hilfe! Polizei! Hilfe! Gar nix haben wir gehört. Hast du was gehört? Ja, dass die Frau Kaiser anständige Leute denunziert und runter macht. Was? Was? Ich? Was? Was? Ach, er ist so blöd. Was? Komm! Das ist dessen, so ist die du, Gustl. Ha, 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 ha. W USA klassische Musik 2 2 3 U Untertitelung des ZDF, 2020